Es ist eigentlich ein Frauenfilm. Also, das ist meine Meinung. Schirmchen, du bist wirklich das Beste, was mir in meiner Arbeit passieren konnte. Es geht um Mann und Frau und ob sie zusammengehören oder nicht. Was ich nur sagen will, ist, ich bin für dich da. Okay. Tarzan Jane. Es wird ja tatsächlich emotionaler, also emotionaler, als man Stromberg überhaupt zutraut. Ich muss auch noch mal sehen. Oh, nein. Was? Nee, würde ich stehen. Wie ist das? Nee, passt das. Es geht doch mal. Nee, ja. Es geht um große Emotionen. Mit der Jennifer, da ist, ja, da ist das alles was ganz anderes. Ja, es explodiert nix. Es gibt keine Autojagden, also das alles, was so für Männerfilm spricht. Obwohl es gibt natürlich auch Brüste zu sehen bei uns. Ganz kurz mal eben. Und entweder du hast es oder du hast es nicht. Ja, und ich hab's eben, ohne das ganze Gesumse. Wenn sie die kaufen, dann haben sie es auch. Sogar als Frau.